Und seinen Propheten, Sabonarola, hin, gebt alles auf, was euch von dem richtigen Weg ablenken könnte. Und uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in Pace. Das ist ein Ziel, das ist aber eh schon tot. Aber nun werden, ja, ich versuche es. In Recht. die und Da ist der zweite Leutnant-Boot und die Glocke läutet weiter und das Volk wird glaube ich ein bisschen unruhiger, 2000 Florin, der jüngste Tag, synchronisiert. So, zwei von neun sind schon mal tot. Wahrscheinlich hier oben drauf, wahrscheinlich wieder, wa? Geh ich mal da hoch. Hallo. Nein, nicht das. Dein Aussichtspunkt vorher holen. Ach, der ist da vorne. Ja, bald kommen FIFA 16 raus und da brauche ich mich schon mega drauf. Gerade auf das Let's Play von euch. Da wird es vielleicht zwei FIFA-Stackern geben. Steine und materielle ab. Sucht euer Heil in den Flammen. Stillleben. Attentat auf verblinden. Einen Künstler. Der Pinfel, die Feder, der Ton, die Trauer, alles Werkzeuge des Teufels und welch üble Dinge zu lehren. Heute rufe ich euch also an, diese Treu abzuschwören und die Werkzeuge in die Flammen zu werfen. Doch das wird ein einig werden. Da unten sind schon noch zwei. Da hinten ist einer. Und ne überhaupt. Da unten ist das, um meine Hingabe zu Gott auszuhören. Hier war auch die Möglichkeit, die näher zu kommen. Denn wenn es perfekt war, dann wäre das Einfangen sicher auch nicht. Es schien recht schaffend zu sein. Eine Form des Gebetes. Und wenn andere meine Kreation anschauten und etwas von Gott darin erkannten, nun, würde es sie ihn nicht aufheerbringen? Aller, wenn er nicht so ganz gut in den Altruhen. Ein Schmerkrohr. Eines Rediger. Führer, der hat sie den Glauben verloren. Ja. Allein Wahrheit. Da ist er. Lass auf. Er ist nicht schön. Er ist nicht schön. Das ist meine Arzt. Ach. Das ist ein Zeug. Nein. Das ist ein Zeug. Was ist ein Zeug. Er ist nicht. Wo ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Der wäre in den Fotos. Das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Ja. Aber nun habe ich die Gelegenheit... Da vorne geht er. Was euch von dem richtigen Weg ablenken könnte, lehnt das Gemeinde und Materielle ab. Sucht euer Heil in den Flammen. Da kann man mir entgegen gelaufen. Was? Was habe ich nur getan? Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiesca den Pache. Und weg. Und weg. Ich wollte nur einen ruhigen Tag. Das ist wieder auch verloren. Und liebe ich den Geruch von gerösteten Krill verschwunden im Nichts. Hier könnte sich ein Mann verstecken. Ja! Gib mich frei. Scheiße. Wir holen uns den Pache. Raus! Los! Irrsinn! Er wird uns nicht entkommen. Falsch! 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 Ich bin bei! 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 Diesen müssen wir anscheinend töten. 2000 Kilometer. Ich bin bei! Ich bin bei! jetzt ist hier noch einer ich habe jetzt hier habe ich die drei habe ich getötet meine tor der villa ist voll tut mir leid kommt kommt seid nicht schüchter scheiße ich muss aber an anderen seiten er ist hier auch mann was ist jetzt los natürlich ein bisschen ehrlich mich verloren hat sichert diese kisten wir können nicht erlauben dass der inhalt in falsche hände gerät hafen war es da ohne den an bord des schiffs gelangen und dem treiben der Hände zu setzen also ich scheine jetzt an jeden Rache zu nehmen an jedem persönlich mal sehen wie hart die unbelehrbaren sind die nichts mehr zu essen bekommen wenn sie essen wollen müssen sie Sabonarola als Führer anerkennen krass wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können ist mir schleierhaft so ich sah sie als Schutzherrn an das war bevor der Prophet meine Augen öffnete doch dann sah ich das Übel des Mammons die Spaltung die er erzeugt Sabonarola führt uns in eine neue Ehe Widerlich Keit richt kalt und Gerechtigkeit wir müssen nur noch die Fessel in der Vergangenheit abwerfen die den Herren an unseren retter waren Okay, ja, erst mal schon mal weg. Okay, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wenn sie essen wollen, müssten sie Fabular holen. Wie die Medici, noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben, dass ich mir steuer habe. Komm, geh hier einen rüber. Wahrlich. Ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das, bevor der Prophet meines Augen ist. Ich weiß nicht, wie er erzeugt wird. Sabonabula, füg uns in eine neue Ehrmacht. Die der Brüderlichen...